einen wunderschönen da bin ich auch mal wieder euer odin ja ist eine kleine fuhre pakete gekommen heute kam auch das mit der post gestern bestellt heute schon da das ist ein sechser paket schnuller bänder für ein paar euro so und dann haben wir hier natürlich noch ein großes paket hier ist noch mal ein großes paket dahinter ist so lang dann haben wir hier noch was hier noch und hier noch und die packen wir jetzt erstmal alles aus fangen wir erst mit dem an mit dem kleinen was haben wir denn da drinnen da haben wir letztchen drin und zwar die hatten verschiedene die hatten auch ich habe jetzt mädchen letztchen bestellt aber nicht weil es mädchen wird weil mir die am besten gefallen haben die für jungs waren so ziemlich grau oder schwarz mit einem anker drauf und da weiß ich das geht bei meinem weib nicht durch und deswegen habe ich jetzt die bestellt das ist alle so liniert einmal da wartet man muss ja sowieso in der wäsche die sind mit dem druckknopf die haben auch noch andere die werde ich wahrscheinlich danach dann irgendwann mal bestellen aber wir haben hier noch glättchen mit dem 10er pack mit eulen drauf und was weiß ich alles haben wir einmal blau einmal rot einmal gelb sieht so ein bisschen aus wie ein superman zeichen und einmal grün und die sind hier hinten mit so zwei druckknöpfen zuzumachen und ganz weich ja hier also habe ich auch nicht ja deswegen weiß ich sollte überraschung sein überraschung so müssen wir mal gucken die arme postfrau hat sich ganz schön abgequält das alles hochzubringen okay so da ist noch etwas drin so da ist eine spieluhr die wollen wir für ein wickeltisch also meine frau weiß noch nicht dass es kommt überraschung so das ist die und die ist echt süß gemacht und die kann man dann am wickeltisch ran machen hier sind batterien die sind aber nicht dafür oder doch die macht auch musik aber eigentlich sind die batterien für was anderes das ist aber jetzt hier nicht mit bei das kommt erst später es kommt nämlich noch eine spieluhr für das bett dann haben wir hier noch etwas großes ja mein geld kam endlich das von amazon ja klar ja das ist leer da ist ein schein drin so haben wir hier einmal für den stubenwagen so eine kleine dünne matratze die ist aber wirklich nicht dick dann für den stubenwagen auch so ein ding ich weiß auch gar nicht ob das bei unserem stubenwagen passt da ist ja auch schon mal dran aber ist halt mit bei so dann ist achtet ja süß ich glaube die 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 decke oder so oder kissen und dann haben wir es fünfteilig so was ich jetzt aus packe ist noch mal ein bisschen mehr also die decke und kopf kissen glaube ich So, da haben wir hier eine Schleife. Dann haben wir hier den Bezug für die Decke mit Schafis drauf. Hinten sind auch noch mal Schafis drauf, groß. Vorne auch Schafis für das Kopfkissen. So, die Schleife kannst du nachher gleich anbauen. So, dann hier für den Stubenwagen. Das ist das, was so außenrum kommt. Warte mal, ich habe ja den Stubenwagen schon gekauft. Das kommt ja außenrum, aber das ist halt rosa dabei und wir wissen ja nicht, was das wird. Und so ist es halt mit Schafen, ist blau mit bei, ist rot mit bei, ist grün mit bei. Das ist eigentlich für jeden. Die Links packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Und hier ein Himmel, der halt nicht so durchsichtig ist. Halt, falsch rum. Das kann eine Frau dann machen. So, auch mit Schafen. So, dann haben wir hier noch ein ganz großes. Das schwere Maik zum Schluss. Hier haben wir noch ein ganz großes. Für den PC habe ich auch was bestellt. Wird vielleicht der neue Monitor sein? Oder nein? Es ist die Wanne. So, Überraschung, ich habe noch eine Wanne. Meine Frau wusste von Janisch. Ja, und hier unten hast du einen Stipsel und so. Da ist eine Wanne. Also hier, könnt ihr eine Wanne sehen. Ich habe eine weiße geholt, weil mir hat eigentlich die blaue gefallen. Die war aber drei Euro teurer und dann war da auch Versand mit bei. Die war drei Euro billiger und ohne Versand. Und blau dachte, ist so jungsmäßig. Und grün. Aber grün, das war so ein Bärgrün. Und deswegen habe ich gedacht, nimmst du weiß. Das ist neutral. So, das kann Schatzi auch irgendwo hinstellen, ohne dass er großartig auffällt oder so. Bitteschön. So, das wird toll. Die Nachbarn freuen sich. Die Papiertonne ist nämlich noch voll mit Schatzis Zeug von ihrem Umzug. Bei mir steht hier auch schon so ein riesen Ding mit Papier. Und jetzt kommt wieder Neue dazu. Also ich glaube, die nächsten drei Monate ist bei uns hier mit Papier ein bisschen schwer. So, jetzt muss ich mal gucken, wo geht denn das auf hier eigentlich? Ach so, da sind mehrere, da sind zwei hier. Wartet mal, jetzt muss ich mal gucken. Das sind nämlich zwei Pakete. Ich wüsste aber jetzt ja nicht, was jetzt noch fehlt. Machen wir einmal das hier auf. Ich könnte jetzt natürlich in den Lieferschein gucken. Will ich aber nicht. Ach, das sind die Windeln. Die sind in den Lieferschein gekommen. So, hier sind nämlich 150 Windeln drin. Und dafür habe ich bezahlt. Äh, wartet. Den lassen wir zu. Wird den gleichen Windeln sein. Brauchen wir nur eh ihn aufmachen. Dafür habe ich bezahlt so um die 30 Euro. Die waren im Sonderangebot, weil normale die kosten 150 Stück. Kann man auch eine Probepackung mit 50 Stück nehmen. 150 Stück kosten sonst 19,99 Euro. Und jetzt habe ich bezahlt für 150 Stück 14,99 Euro. Ich habe gleich zwei Pakete geholt. Also 300 Windeln. Babywindeln Größe 2 Mini von 3 bis 5 Kilo. 150 Stück. Und das halt Menge mal zwei. Also ich musste Versand bezahlen. 34,93 Euro. Wenn ich jetzt keinen Versand bezahlt hätte, also die 20 Euro bezahlt hätte sozusagen, wäre ich eigentlich auf den gleichen Preis gekommen. Weil ab 40 Euro fällt kein Versand an. Ja, ähm, und zwar habe ich die bestellt. Center24.com. Supportcenter24.com. Also ich mache euch den Link mal runter. Das ist irgendwas mit Windel. Ne, Quatsch. Wie heißt das? Die Windel. Der Windelkarton. Der minus Windel. Minus Karton oder so. Windelkiste. Oder Windelkiste oder sowas. Ich habe es nicht im Kopf, Leute. Ich habe es nicht im Kopf. Äh, ich mache euch den Link aber drunter. Und das ist kein Affiliate Link. Dafür kriege ich kein Geld bei den Amazon Links. Das sind Affiliate Links. Da habe ich ein bisschen was davon. Und davon habe ich mir jetzt das eigentlich, also außer die Windeln, die ganzen Sachen von meinem Amazon Geld geholt. Für die Leute, die wissen wollen. Ja, hier steht es. Windelnimkarton.de ist das. Und ich habe hier auch noch einen Code mit bei. Newborn, 10 Cent, die Windel. Mini, 11 Cent. Mini, 3. 13 Cent. Maxi, also 4 Maxi. 14 Cent. Junior, also 5 Junior, 17 Cent. Und 6 XXL. Ich denke mal XXL sind Menschen, oder? Erwachsene? Die kosten 22 Cent pro Windeln. Und das heißt windel-im-karton.de. Ich weiß nicht, ob ich den Code jetzt, ob das jetzt, vielleicht kommt man da auch noch auf die Webseite. Ist ja, ich zeige euch das einfach mal so. Windelimkarton. Und hier müsst ihr kurz pausieren. Dann könnt ihr darauf zugreifen. So. Das war's. Ja. Ach, gehört zwar nicht dazu, aber da mache ich nachher, später nochmal ein Video. Und nächste Woche eine Freisprecherin, also eine Handyhalterung für mein Fahrrad kam. Die muss ich noch anbauen. Ich habe auch ein Schloss für das Fahrrad bestellt und eine Klingel mit einem eisernen Kreuz, damit das halt zum roten Baron passt. Da kommt aber alles erst nächste Woche, nächsten Monat teilweise. Und dann kann ich auch Vlogs vom Fahrrad aus machen. Da kommt aber noch ein separates Video und da werden wir auch ein Anbau-Video machen, wie wir den anbauen werden. So. Jetzt muss ich mal schnell noch. Kannst du mir mal mein Handy geben, Hasen? Dann kann ich euch das nämlich gleich nochmal sagen, was jetzt demnächst noch kommen wird. Jetzt weiß ja Frau, dass was kommt. Es kommt noch was. Ja, ist noch nicht alles. Ja. Hast du denn alles geklärt? Für über 200 Euro. Echt jetzt? Ja. Das Ding hat ja über 30 Euro gekostet. Das hier? Ja. Das Momile? Ja. Und das andere hoch. Kommt ja noch eins. So. Du sagst, ich mache nichts. Jetzt mache ich was und meckerst. Ich mecke doch gar nicht. Ich spiele es voll. Das ist so süß. Aber ich muss auch noch ein bisschen was für mich ausgeben. So, Bestellungen. So, die Heiztücher sind gekommen. Achso, so ein Hängeding kommt noch. Das habe ich nämlich durch Zufall gestern. Oh, ihr seht, das ist so wie Josi im Zimmer hat, wo man was reinpacken kann. Achso, so für Fächer. Für Fächer. Aber da sind nur drei Fächer. Da kann man von oben reinpacken. Also nicht mit so einem Loch. Und da ist überall so ein Bärngesicht drauf. Und das ist aus Stoff. Nicht aus so einem Netz. Habe ich gefunden für, mache ich euch auch den Link drunter. Beim Einkaufen von dem allen habe ich das gesehen für 2 Euro noch. Scheiße, nimmst du. Greifst du zu. Dann halt mein Schloss für 53 Euro, was ich gekauft habe, mit 8-Balls drauf. Dann für 14,88 Euro eine Klinge mit einem eisernen Kreuz für den roten Baron. Also für das Fahrrad. Habt ihr ja gesehen. Muss ja Stil echt sein. Muss ja dazu passen. So, das ist gekommen. Die Wanne ist gekommen. Die Halter sind gekommen. Batterien sind gekommen. Das ist gekommen. Ja und dann kommt jetzt noch am 15. bis 21. August noch eine andere Spieluhr. Die kommt auch noch. Also die Spieluhr kann ich euch jetzt auch mal sagen. Ich kann ja mal ruf gehen. Die hat gekostet 34,99 Euro. Und die andere Spieluhr, die jetzt noch kommen wird, die ist mit Licht. Die macht so einen Sternenhimmel nach oben. Aber ich habe die jetzt nicht geholt wegen Licht. Ich habe die einfach geholt, weil sie stabil aussieht für einen Wickeltisch. Die anderen sahen alle ein bisschen dünn und zerbrechlich aus. Und wegen ein bisschen was zum Spielen. Und die, die ich jetzt noch habe, die kommt, die jetzt noch kommt, die ist mit Bewegung und mit Plüschbären dran und sowas alles. Die kostet 43,99 Euro. Ja und die kommt noch. Die ist halt mit Licht. Die bewegt sich. Also Licht nach oben. Musik hat sie, glaube ich, auch. Und dann bewegen sich die Bären. Die gehen dann im Kreis. Und da kann sich das Kind dann freuen, würde ich jetzt mal sagen. Und da habe ich halt bestellt die mit Akkus. Weil die haben es auch ohne Akkus. Aber da muss man Versand bezahlen. Und wenn man mit, nee Quatsch, gibt es mit Akkus und ich habe mit Batterien geholt. Wenn man die Version mit Batterien holt, zahlt man ein paar Euro mehr. Weniger als der Versand. Und hat halt noch Batterien mit bei. So war das halt. Das habe ich alle geholt. Und für mich hole ich demnächst dann auch noch Sachen, dass wir halt noch ein bisschen besser Videos machen können. Da muss ich aber erstmal nach abwarten. Weil so locker habe ich es auch nicht. Ja, dann würde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen. Koffer hat euch gefallen. Deswegen habe ich am Anfang auch nicht gesagt, dass es Baby-Shopping-Tour-Video ist. Weil meine Frau weiß ja noch nichts. Ich habe ihr gesagt, ich habe mir ein bisschen was für den PC bestellt. Und sie hat schon wieder so Augen gekriegt. Ja, für den PC bestellt er. Für ein Kind bestellt er nichts. Ja, konnte ich ja nicht verraten. Jetzt wisst ihr ja. Jo, dann würde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen oben da. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin. Bye. 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 Bye.